Servus bei Quetschmerzum, der steirische Harmonika-Podcast. Ich bin die Nadascha und heute begrüße ich den Thomas bei mir. Er spricht über seine Kompositionen, seine Familie und über seine Pläne für die Zukunft. Auf geht's! Servus Thomas! Hallo Nadascha! Du bist heute bei mir. Du hast mit sechs Jahren der erste Harmonika gekriegt. Mit ochte hast du von einem Bauern Harmonika spielen gelernt. Du hast Musikerziehung und Instrumentalmusik studiert. 2016 die Quetschner Academy mitbegründet. Und du komponierst! Ja genau, das macht mir Spaß. Du hast schon zahlreiche Stücke komponiert. Zum Beispiel der Quetschner Masterborker oder Waldheim und Epic. Was inspiriert dich zu komponieren? Ich würde nicht sagen, was es ist, sondern... Vielleicht kennst du das, man hat einen Einfall und dann muss man sofort was aufschreiben, sofort was aufnehmen, sofort was machen. Weil wenn man das nicht macht, dann vergisst man es wieder. Und man kriegt da in dem Moment quasi eine Chance, was Neues zu machen. Und ich habe da einen eigenen Modus. Interessiert dich das, wie ich das mache? Ja bitte erzähl mal! Also die letzten Stücke sind mir eingefallen auf einer Olmhütte, wo ich abgeschottet war, ganz allein. Und da mache ich es immer zuerst so. Ich tue mich mit Dankbarkeit einstimmen auf das Ganze. Ich sage, danke, dass die Harmonika so gut geht. Danke für die Quetschner Academy. Danke, dass wir heute da sind, dass das Wetter so schön ist. Bla bla bla. Und dann sage ich so, und jetzt schreibe ich ein ganz tolles Stück, schalt das Aufnahmegerät ein und es ist wie ein Download von oben. Es fließt einfach raus. Beim ersten Versuch meistens nach einer Viertelstunde entsteht ein ganz gutes Stück. Die Gefahr ist nur, wenn man dann sagt, passt der Griff besser oder passt der? Dann ist die Inspiration oft weg. Also meistens beim ersten Versuch oder wenn man irgendeine Idee hat, dann muss man sofort in die Handlung schreiten und ich habe da immer das Aufnahmegerät vom Handy und dann nehme ich das auf. Und das ist oft schon eine Punktlandung gewesen. Das heißt, wenn dir was einfällt, nimmst du das sofort auf und es ist dann das ganze Stück oder schreibst du dann die Stücke versetzt irgendwie an verschiedenen Tagen? Es ist ein bisschen schwer zu erklären. Es ist nämlich nicht so, dass man das erzwingen kann, sondern ich weiß, ich komme durch Dankbarkeit in den Modus rein und dann sage ich, und jetzt schreibe ich ein kleines Stück, Aufnahmegerät ein, und dann geht's los. Was hat dich persönlich eigentlich immer motiviert, dass du die Quetschen in die Hand nimmst? Ich glaube, dass ich gestartet bin. Ich habe das beim Vater gesehen. Der hat leidenschaftlich musiziert mit der Harmonika. Das war schon immer ein Teil bei uns in der Familie, dass da zusammen gesungen wird, zusammen musiziert. Wahrscheinlich hat mir das auch dabei gehalten bei der Harmonika. Gerade am Anfang ist es ja wichtig, dass man eine gewisse Zeit einmal dabei bleibt. Also du stammst aus einer sehr musikalischen Familie? Eigentlich nicht so. Also die Oma kann singen, stimmt, der Opa kann auch ein paar Stücke spielen können auf der Harmonika. Also ich würde sagen, die halbe Familie hat Musik ein bisschen im Blut und der Papa sowieso und die Mama kann auch singen. Eigentlich hast du recht. Das heißt, du hast aber dann trotzdem bei einem Bauern Harmonika spielen gelernt und nicht in der eigenen Familie? Ja, ich habe da verschiedene Ansätze kennengelernt. Also ich war da, mit sechs Jahren habe ich so eine richtig mini kleine Rucksack-Harmonika gekriegt und da sind wir eben zu einem Landwirt gefahren. Mit acht habe ich dann eben angefangen und der erste Modus war so, der Bauer legt quasi meine Finger auf die Knöpfe und ich merke mir das einfach und dann habe ich das Stück quasi am Ende des Tages können. Er hat mir das nicht mehr auf eine Kassette. Damals hat es Musikkassetten gegeben, hat er mir das auf eine Kassette raufgespielt, sodass ich mir das zu Hause auch anhören habe können. Und dann war ich auch aber in der Musikschule und da habe ich das auch mit Noten gelernt und das war so, also ich habe mir sehr schwer getan, überhaupt mit Noten. Das ist ja Wahnsinn, dass ich eigentlich Musik studieren habe können, dass ich das so vorgaukeln habe können, dass ich nach Noten spielen kann. Also das war schon immer eine sehr schwierige Sache. Und die effektivste Lernmethode war aber die, wo der Bauer und ich, wir sind uns da gegenüber gesessen, er hat mir die Griffe gezeigt und ich habe das nachgespielt. Und da war es so, nach eineinhalb Stunden habe ich hin und wieder drei ganze Musikstücke auswendig spielen können. Das finde ich, ist ein tolles Ergebnis. Und auf die Art und Weise geben wir das jetzt auch weiter. Hat es irgendeine Zeit in deinem Leben gegeben, wo du die Quetschen gar nicht mehr in die Hand genommen hast? Ja, das war so, ich glaube, in der Zeit zwischen 11 und 13 Jahren ungefähr muss das gewesen sein. Da hat es mich eigentlich wirklich nicht interessiert. da war irgendwie das für mich irgendwie uncool. Aber was hat dich dann bewegt, dass du wieder gesagt hast, so, aber jetzt nehme ich die Quetschen wieder und starte damit? Da, das kann ich ganz genau sagen, Schuld ist ein Freund von mir, der Hans-Peter Mayerhofer. Der hat da damals zu der Zeit den steirischen Harmonika-Wettbewerb gewonnen. Der ist ungefähr gleich alt wie ich. und da habe ich gesagt, bist du narrisch, der kann spielen, der Hans-Peter. Und von einem Tag auf dem anderen habe ich wieder angefangen und gesagt, so, und jetzt mache ich das auch gescheit. Und eine Stunde jeden Tag gibt und dann ist echt super bergauf gegangen. Seitdem ist das ein fixer Bestandteil. Ich habe dann schon mit, ab 14 Jahren habe ich schon sehr viele Unterhaltungen gespielt, so für Wiener Gäste, im Bummelzug habe ich drinnen gespielt, im Speisewaggon, also wirklich, also doch tausende Auftrittsstunden schon gehabt mit der Harmonika. Also für die Locations hast du schon ziemlich viel gesehen, sozusagen. Ja, wirklich, ja. Was war das Kurioseste? Mit der Harmonika? Ja. Es waren doch Beerdigungen, Verabschiedungen natürlich, Wiener Wiesenfest, ich war, ja, das war immer sehr lustig spielen, im Bummelzug Speisewaggon, das ist auch schon komisch, Eishitten, was halt alles nicht auf der Harmonika dazugehört. Und auch bei Fernsehsendungen war ich auch mal dabei. Was heißt einmal, ich muss mich wieder zurückerinnern, das letzte war das Duell klein gegen groß. Ja. Ich würde nicht sagen, dass das Kurios ist, es hat jede Auftrittssituation für sich seinen Reiz. Wie war das für dich ganz am Anfang bei den ersten Auftritten, wie hast du dich da gefühlt? Das ist immer wieder spannend, so eine Auftrittssituation. Gerade am Anfang wird man da in eine neue Situation reingeschupft, wo auf einmal Leistung entscheidend ist. Es ist, zuerst, wenn man für sich daheim einfach übt, ist das dann ganz was anderes, wenn man jetzt das Gefühl hat, oh, jetzt schaut mir wer zu, jetzt soll ich richtig spielen. Und das ist wichtig, dass man das auch als Spieler von Anfang an irgendwie mit trainiert. Das wäre auch für mich damals ein guter Tipp gewesen, dass ich gesagt habe, okay, stell dir einfach eine Kamera auf und trainiere die Situation, wie es dann ist, wenn dir wer zuschaut und du richtig spielen sollst. Also das ist auf jeden Fall dein Tipp für alle, die kurz vor einer Auftrittssituation stehen. Genau, das Aufnahmegerät einfach sich selbst einmal aufnehmen und da kommt man drauf, wo sind vielleicht noch Sachen, was man verbessern kann, wie schaut man da rein, was hat man für ein Konzentrationsgesicht. Das ist aber okay, das hat jeder, das gehört dazu und wenn man sich das einfach einmal bewusst macht, dann hat man schon das meiste erledigt. Ja, dann steht dem Erfolg nichts mehr im Weg. Wie war das für dich, bevor du die Quetschen Akademie mitgegründet hast, wolltest du immer eine Harmonikaschule gründen oder wie haben da die Zukunftspläne ausgeschaut? Ich wollte eigentlich Lehrer werden, also ich bin es auch geworden, ich habe Instrumentalmusikerziehung und Musikerziehung gemacht mit Chessgesang und Klavier und dann war ich zwei Jahre lang Lehrer und nebenher die Quetschen Akademie mit dem Stefan zusammen gegründet und das ist dann einfach immer, immer besser gelaufen und ich habe gesagt, okay, eigentlich ist das das, was mir Spaß macht und ich will mehr von dem machen, da können wir einfach so viele Menschen erreichen und die Lebensfreude einfach steigern. Von uns und auch von den anderen Spielern. Du hast also deinen Lehrerjob sozusagen an den Nagel gehängt, den regelmäßigen Lehrerjob. Was heißt ein bisschen, ich bin jetzt nach wie vor ja noch Lehrer, als ich sehe mich so, dass ich einfach das Wissen weitergebe. Wenn du an die letzten Jahre zurückdenkst, was waren so deine persönlichen Highlights in der Quetschen Akademie? Ich glaube, das Overall Highlight, das war die Quetschen Offensive. Da würde ich sagen, das war einer der schönsten Tage meines Lebens und natürlich auch wie das Ganze anfangs entstanden ist, wie ich den Stefan kennengelernt habe, welche gute Zeit wir am Anfang gehabt haben zusammen mit viel Gastronomie. Es war dann der Tag des Aufsperrens schön. Es war zum Segen, es wird gebraucht. Schon am ersten Tag haben wir viele Spieler gehabt, und es ist auch schön zum Zuschauen, wie sich das jetzt auch entwickelt. Du hast gesagt, die Quetschen Offensive war einer der schönsten Tage deines Lebens. Inwiefern kann man das verstehen? Was es da ausgemacht hat, es waren zwei sehr intensive Tage, wo wir sehr viel Dankbarkeit erfahren haben von allen Teilnehmern, die dort waren und das war für uns auch eine neue Situation, wir haben da quasi was richtig Großes, würde ich jetzt sagen, auf die Bühne gestellt. Also zwei Tage durchgehend ein Quetschen Seminar gemacht mit 160 Teilnehmern. Das war schon für uns eine sehr spannende Erfahrung. Und im Vergleich, unser erstes Seminar hat sieben Teilnehmer gehabt und dann auf einmal 160 und das war sehr schön. Also es haben erwachsene Leute haben nachher geweint, weil es aus war die Veranstaltung. Also wirklich diese Herzlichkeit, ich freue mich schon, wenn das nächste Mal wieder soweit ist. Wie waren für die so die letzten Monate in der Quetschen Academy? Also ich sage einmal, die Tätigkeiten verschieben sich. Am Anfang hat jeder alles gemacht, Lernwieders aufgenommen, Mails beantwortet, auf Facebook mit den Jeden geschrieben und das teilt sich immer mehr auf. Und was habe ich in den letzten Monaten gemacht? Ich habe genauso jetzt wieder Lernwieders aufgenommen. Ich habe geschaut, wie kommt das Buch, das Intelligent Quetschen Buch zu den Menschen nach Hause. Das ist natürlich auch ein Gemeinschaftsprojekt, wo von jedem einfach ein Stück Arbeit notwendig ist. Also das war ein Teil und jetzt im Moment schaue ich, wie kann ich den Kunden, die eine Frage haben, am besten helfen. Daran arbeite ich jetzt. Ich komme noch einmal zurück zu deiner Familie, der war ja sehr musikalisch und mit sechs Jahren hast du eigentlich der erste Harmoniker bekommen. Dein Papa hat dir sehr viel dazu beigetragen. Ja, ich habe das schon immer bei ihm gesehen, wie viel Spaß ihm das Harmonikaspiel macht und wir haben da sehr viel zusammen musiziert. Das hat immer dazugehört bei uns zu Weihnachten, wenn jemand Geburtstag gehabt hat, dass die Harmonika auspackt wird und das zusammen gespielt wird. Und du hast mir mal erzählt, dein Papa hat etwas ganz Besonderes für dich gemacht. Ja, ich glaube, es war so um die Zeit, wie ich 13, 14 Jahre alt war, hat er mir eine neue Harmonika gekauft und er war damals finanziell in einer misslichen Lage, kurz gesagt, und er hat dafür, dass er mir die Harmonika kaufen hat können, sein Motorrad verkauft. Das hat er mir erst nachher erzählt, nach ein paar Jahren und das ist, finde ich, eines der schönsten Sachen, was man seinem Sohn geben kann. Vielleicht schauen wir da musikalisch weiter, also das war mit 13, 14 Jahren mit der Harmonika und deinem Papa. Wie ist es dann weitergegangen bei dir? Du hast dir dann auch ganz viele Instrumente gelernt und auch studiert. Mir ist dann irgendwie vorkommen, Harmonika passt, das kann ich schon gut und es ist auch schön, wenn man zu einen Harmonikaspieler dazuspielen kann. Bossaune, das macht einen Dampf auch dazu und da kann man mit Harmonikaspieler und dann habe ich damit angefangen und eines hat das andere ergeben und dann irgendwann hat sich das auch ergeben, dass ich gesagt habe, okay, eigentlich möchte ich Musiklehrer werden in einer Schule, Musik unterrichten und dann hat sich das eben ergeben, dann hat sich das Klavier ergeben, eines einfach immer das Nächste und während dieser Zeit dann vom Studium habe ich sehr viel Unterhaltungsmusik gespielt mit die Teufelstahne, mit die Wuzis, Jazzquatchen und Dustin Meisel, da haben sie einfach verschiedene Gelegenheiten boten und verschiedene Formationen, das hat alles sehr viel Spaß gemacht. War das für dich nie eine Option, dass du nur Musiker bist? Doch, ja, also ich wollte unbedingt nach dem Studium wollte ich ein Jahr schauen, ob ich nur von Musik überleben kann, das wollte ich unbedingt machen und dann habe ich aber wie ich sage, einen so tollen Posten gekriegt, so ein tolles Angebot in meiner Heimatgemeinde in Birgfeld und dann bin ich das quasi nicht angegangen, habe dieses Jahr nicht gemacht und vielleicht war das mit Ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, nach zwei Jahren so und jetzt Quetschen Academy, jetzt jetzt ist die Chance nochmal da. Und du hast das ergriffen. Ja. Hast du nie darüber nachgedacht, dass du vielleicht das irgendwann mal machst, nur von der Musik zu leben und das mit der Quetschen Academy an den Nagel hängst? Nein, das nicht. Also eher das Lehrersein an den Nagel hängen, das war das und das an der Schule quasi. Was ist für dich da der große Unterschied zwischen Lehrersein an einer Musikschule, an einer Schule und Lehrersein in der Quetschen Academy? Ich sage einmal, die Schüler. Die Schüler sind anders. Es ist so, vielleicht kennst du das auch, dass hin und wieder die Zeit sehr schnell vergeht und hin und wieder langsam. Und es waren Schüler dabei, zum Glück der Großteil, die haben das aufgesogen und sofort die Sachen umgesetzt und es hat einfach Schüler gegeben, wo die Zeit nicht so schnell vergeht und das hat nicht so viel Spaß gemacht. Und jetzt sind wir aber so in einer Situation, dass die Schüler kommen und jedem Schüler macht es Spaß. Sonst wäre er ja nicht da. Alle, die jetzt bei uns lernen, die lernen freiwillig. Und in der Schule ist es schon so gewesen, okay, du kannst dir das aussuchen was du machst. Machst du Musik oder machst du keine Ahnung, Physik oder das war so quasi eine Wahlsache. Wie bist du eher? Bist du eher musikalisch? Bist du ein Turner? Bist du kreativ begabt? Vermisst du den persönlichen Kontakt mit den Schülern? Ich habe den nach wie vor. Also hin und wieder Kontakt sehr sehr intensiv sogar, ja. Würdest du vielleicht einmal in Erwägung ziehen, mehr auf persönliche Kontakte einzugehen in der Quetschen Academy? Wäre das für dir eine Option, dass du sagst, persönlicher Unterricht zum Beispiel? Ich kann mir das teilweise vorstellen und teilweise interessieren mir aber auch Sachen so wie neue Musik schaffen, mehr Videos aufnehmen, dass sie sowieso die Tätigkeiten einfach wieder ein bisschen verlogern. Was verstehst du unter neue Musik schaffen, komponieren? Genau, genau. Dass wir wieder frische Videos aufnehmen, dass für days auch wieder noch mehr Zeit wird. Du hast ja zum Beispiel solide Alm ein Musikvideo aufgenommen. Du hast ja zum Beispiel für solide Alm schon einmal ein Musikvideo aufgenommen. Würdest du gerne mehr solche Musikvideos machen die in dieser Art und Weise produziert sind? Ja, genau sowas. Und viel auch mit eigenen Ideen, Sachen, die es vorher einfach noch nicht gegeben hat. Beim Solide Alm Musikvideo fliegst du ja, na du fährst, mit einem Ballon fährt man. Das haben sie mir auch gesagt. Du fährst in einem Ballon. Ja. Erzähl mal kurz, wie war das alles? Eigentlich war das auch so eine ganz spontane Idee. Ein Kollege hat mir gesagt, aha, du könntest ja in einem Ballon, er hat gesagt, fliegen, in einem Ballon fahren und da das Musikvideo drin machen, das gibt es noch nicht, hat er gesagt und eine Woche später war es dann schon so weit. Das hat sich alles glücklich ergeben. Wahnsinn. Also kann ich nur jedem empfehlen, macht es ein Musikvideo im Ballon drinnen. Dann braucht da einen guten Ballonfahrer, der was unter Kontrolle hat. Abschließend, was würdest du den Podcast Hörern da draußen noch mitgeben? Also ich möchte gerne, dass jeder so einen schönen Beruf hat, wie wir das da haben und so eine gute und schöne Zeit, wie wir das da haben. Also das ist wirklich herrlich, das Lebensgefühl, was man durch die steirische Harmonika bis jetzt in uns gespürt haben, dass das auch andere spüren, dass die Menschen sehen, wie einfach das ist und dass man das von überall aus in kurzer Zeit auswendig erlernen kann. Harmonika lernen kann also ganz einfach sein. Also wenn du magst und Interesse hast, schau gern vorbei auf unserem Facebook und Instagram Kanal oder auf www.quetschen.academy. Bis bald.